ja hallo lieben christian schenmeier partherapeut und so weiter und so weiter und ja mein neues buch kommt raus neue dimensionen erlebe spirituelle aspekte von 3d und 5d zeitenwandel und da muss ich gestern dran denken als es zwei krasse man sagen backpfeifen gegeben hat noch kurz zum buch kommt zur lesung es wird nur zwei lesungen geben erstmal für die allermeiste zeit in jena und in berlin wird es auch nur wenige karten geben vor mich wenn ihr dabei seid ich pack den link mal drunter ja was ist gestern passiert also einmal hatten wir eine ohrfeige die will smith ausgeteilt hat an chris rock einen komiker und was nicht wer das nicht gesehen hat also zwar die oscar verleihung und ja da gab es halt diesen chris rock der halt glaube ich auch moderiert hat diese ganze veranstaltung das richtig verstanden habe und will smith hat ja eine frau die ja mehr oder weniger ja keine haare hat also ganz kurz geschoren nicht wegen krebs sondern wegen klopp kreisrunden haarausfall und der komiker hat dann halt einen witz gemacht ob sie denn die nächste g i jane ist also g i jane ist hat dem imma gespielt wenn ich das richtig recherchiert habe und hat eben auch kurz geschorene haare und ja ist sicherlich geschmackloser witz wie aber so oft von komikern muss man ja auch mal sagen gibt sehr viele geschmacklose witze und ja und dann ist smith aufgestanden und hat ihm ja also wirklich auch massiv jetzt nicht nur so ein kläppchen sondern wirklich massiv eine runter gehauen und da war natürlich richtig was los im internet und hat dann einen oscar auch noch gewonnen und dann natürlich ja wie ich auch finde seine ganze werter sein oscar seine ganze oscar erfahrung da komplett selber sabotiert was hat nicht alles überschattet und die stimmung war im eimer und dann sagt er in seiner oscar rede noch was von wir sollen ja liebe zeigen und ja und auch die familie beschützen und liebe zeigen und und überhaupt was gott da mit ihm vor hätte und was weiß ich und wo ich dachte wie passt das zusammen und ich meine ich weiß nicht wie das für euch jetzt ist da gibt es natürlich verschiedene aspekte ich wollte jetzt mal die aus meiner sicht immer so will spirituell noch mal herausarbeiten dass wir einfach in so einer konfusen zeit sind wo wir übergang finden müssen das ist meine meinung von 3d was heißt 3d heißt täte opferprinzip auge um auge zahn um zahn und finden müssen zu 5d das ist auch wieder auch thema mein buch sein deswegen wird das jetzt mal ein bisschen verschränkt da wird es ganz viel mal im buch umgehen 5d zu einem neuen konzept von echter liebe aber natürlich auch mit grenzen und ja das wird uns niemand vorsagen wie wir das finden aber wir sind gerade in diesem übergang drin und dieser übergang ist halt sehr gruppig wie man ja auch auf der großen politischen ebene gerade sehen kann aber ich rede immer lieber drüber aus respekt auch auf der persönlichen ebene und da sehen wir es halt auch ne also wir sehen hier ja täte opferprinzip also der komiker macht den schlechten witz geschmacklos macht damit ja will smith und seine frau wie man so will zu opfern und will smith steht auf und ja macht diesen moderater zum opfer sondern das ist täte opferprinzip und ja ich muss jeder wissen selber wissen wie er da für eine haltung zu hat also es hat natürlich viele aspekte also es hat auch ein polaritäts aspekt wo ich auch ganz klar sagen würde der mann beschützt natürlich die frau das ist natürlich absolut richtig und es wäre auch falsch gewesen glaube ich das einfach einzustecken aber es ist dann richtig wenn man verbale gut man kann es natürlich auch als witz sehen aber ich hätte es auch nicht als witz gesehen muss ich ehrlicherweise sagen und ich finde auch da komme ich gleich noch zu ich kann jetzt nicht daher gehen bei einer verbalen entgleisung und das dann auf eine körperliche ebene bringen und kann sagen ja das ist jetzt aber liebevoll oder was weiß ich meinetwegen ist es familie beschützen aber ich finde es hoch problematisch ist letzten endes ist es gewalt irgendwie muss man einfach sagen und ich hätte es halt viel ich finde es auch letzten endes übrigens auch nicht in der polarität weil mann der komplett in seiner power ist was will smith glaube ich nicht ist da kommen wir gleich nichts noch zu der findet eine möglichkeit ganz klares statement zu setzen zum beispiel wir haben ja auch gesprochen hier zum beispiel das hat er liegen sagt würde ich auch sagen absolut das wäre genial gewesen dann in seiner oscar rede zu sagen es war absolut daneben und lass meine frau in ruhe was irgendwie und meinetwegen auch zu sagen wenn das nochmal machst du kriegst echt ärger mit mir das kann man ja meinetwegen auch sagen und dann hätte er wieder cool zu typ da gestanden hätte seine eigene oscar rede wie völlig sabotiert eigentlich im grunde genommen und ja sich trotzdem vor seine frau gestellt und das wäre glaube ich ein guter umgang damit gewesen so und wie gesagt dass das sagt einem keiner vor was jetzt richtig ist aber ich glaube 3d wäre es tatsächlich zu sagen aber wie geil diese scheiß komiker das stimmt ja auch bekommen wir auch noch zu oliver pocher natürlich kann wenn du als komiker immer witze auf andere leute kosten machst schaffst du auch ein anziehungspunkte wo vielleicht sowas passiert das muss man auch ganz klar sagen und ja da das ist eben auch wenn du ständig eben auch 3d ständig über andere leute herziehen und dann erwarten es passiert nichts oder oder damit geld verdienen und ja auch nicht gut und aber gut das finde ich jetzt noch nicht mal es gibt ja viel schlimmere sachen die komiker sagen und ja aber wahrscheinlich gibt es ja noch mehr dahinter es baut sich irgendwie auf ich weiß es nicht ja da sieht man halt wie das alles verschränkt ist und wir müssen jetzt unsere aufgabe als gesellschaft und vor allen dingen als einzelmenschen ist jeder in seinem umfeld weil die gesellschaft ist immer ein ergebnis der einzelnen person der entscheidung von jedem einzelnen von euch wie macht man es jetzt besser und ich würde sagen den offener bühne wenn er gar nicht damit rechnet auch letzten endes ja so zu sehr auch eine demütigung klar hat es mir auch gedemütigt aber aus demütigung entsteht eben gewalt irgendwie und ich glaube hier auf offener bühne ein runterzuhauen ist keine gute lösung und nicht sagen es auch keine gute lösung und irgendwo dazwischen muss man halt seinen weg finden und dass da können wir nicht einfach so augen auge zahn und zahn beziehungsweise augen auge zahn und zahn heißt ja auch nicht mehr also dieses dieses bibelzitat ist übrigens auch so gemeint dass man nicht mehr machen soll als einem selber passiert ist was ja hier auch schon scheinbar nicht der fall ist ich finde will smith vielleicht macht auch mal extra was zu kann man die stelle wieder unscharf hier aber ich habe richtig bald was neues ist ja noch obendrein jemand der eine hochinteressante biografie rausgebracht hat wo man sieht dass er auch ein thema hat mit people pleasing und vielleicht auch co-abhängigkeit so was man ja mit seinen rollen erst mal gar nicht so zusammenkriegt was man aber gut sehen konnte an der das ja auch durch die ganze repeal community geschleust worden mit recht kann ja auch verstehen weil er sich da komplett von seiner frau hat hörner aufsetzen lassen sie hat ihn wirklich ja ziemlich betrogen und erst dann in sonnen das gibt es auch bestimmt noch auf im internet ist da ich glaube das hieß so red table talk hat sich da wirklich meiner ansicht nach wirklich lächerlich machen lassen und gas leiten lassen von seiner frau da öffentlich in so einem art beziehungsgespräch was sie da geführt haben das muss ich mal angucken da rollen sich mir als man echt die fußnägel auf wo er offensichtlich ist was man sich bei ich bei finde den als schauspieler super was man sich gar nicht vorstellen kann bei diesen geilen rollen spielt dass er wirklich sich da so die hosen ausziehen lässt zuhause von seiner frau und ich habe auch so gedacht gibt es da irgendeinen zusammenhang dass er jetzt so ausrastet gut er hat auch ich habe leider diese biografie ich nur so zum teil gehört muss die man zu ende werden also offensichtlich auch schwierige kinder hat gehabt aber naja gut kommen wir mal zur zweiten geschichte ist ja auch so verrückt das alles an einem tag ist oliver pocher und ein rapper dessen name jetzt mir auch gerade gar nicht einfällt und zwar war da im boxkampf und oliver pocher sitzt in der ersten reihe und dieser rapper kommt er an und haut ihm wirklich blende auch noch mal ein bild ein aus dem nichts wirklich auch komplett einer runter ist eben auch nicht nur eine bugpfeife sondern das tut richtig weh sondern so ein ding dargestellt zu kriegen und fragen man sich auch da was ist da der grund und sieht so aus dass wo ich jetzt gar nicht darauf eingehen will dass es da wieder sowas gegeben hat mit irgendwie vergewaltigungs vorwürfen und die andere person gesagt hat nee ich habe gar nichts gemacht und da hat sich oliver pocher wohl auf eine seite gestellt was er sagt ich kenne den fall jetzt nicht und der rapper war wohl auf der anderen seite und sagt hey du hast da mitgemacht dass hier meinem meinem kumpel dir das leben zur hölle gemacht wird und deswegen habe ich dir jetzt eine runter ist wo vielleicht auch viele sagen ja pocher macht wirklich viele witze auf kosten anderer leute und trotzdem ist es natürlich nicht in ordnung jemanden runterzuhauen dafür dass es wie gesagt dass da bleiben wir ewig in diesem täteropfer prinzip aber trotzdem mischt er natürlich auch mit am toxischen brunnen sage ich mal klar es ist witzig aber es ist eben auch witzig auf kosten anderer leute oft weil das kann man nicht sagen dass bei komik immer so ein bisschen so aber ja pocher geht natürlich schon hat dann die grenzen und manchmal auch drüber raus muss natürlich schon sagen aber trotzdem ist natürlich ganz klar sagen also aus meiner sicht geht es gar nicht und ich finde es auch nicht ehrenvoll sagen wir ganz ehrlich also ich wir als männer natürlich einen ehrenkodex aber ich finde es überhaupt nicht ehrenvoll denn da jemand ganz entspannt sitzen wir im boxkampf gucken den da so zu attackieren hat er ihnen wirklich sagen müssen kommen lass uns rausgehen ich will jetzt kämpfen mit dir das wäre immer noch 3d gewesen aber es wäre wirklich ehrenvoller als jemand der sich da überhaupt nicht mit rechnet und an dem und natürlich auch nicht werden kann da so ein ding durchzuziehen das natürlich auch ja ego keine ahnung und ist auch nicht cool ich finde es auch also selbst aus einer 3d sicht ist es nicht cool das ist klar denken jetzt vielleicht viele der pocher hat immer so eine große fresse jetzt kriegt er mal einen runter aber da frage ich jetzt jeden von euch wollt ihr in so einer gesellschaft weiterleben wo man es ja auch nach auf einer großen ebene auch sieht dass der eine haut dem das eine land haut dem anderen land eins runter und was weiß ich und dann wieder zurück gehauen also wollen wir weiter machen auf so einer ebene oder wollen wir da mal weiter gucken ohne natürlich jetzt dass wir sagen ja wir gehen alle freiwillig ins opfer das natürlich auch nicht was für wege können wir da finden und darum geht es auch in meiner arbeit sich abzugrenzen ohne dieses täte opfer prinzip immer weiter zu spinnen weil gewalt gebiert gewalt das ist einfach so und irgendwo muss es ja mal ein ende finden und das finde ich wirklich einen spannenden spirituellen aspekt und ich finde das manchmal auf seiner persönlichen ebene viel einfacher anzugucken auf so einer politischen verschwimmt immer alles aber letztlich sind es die gleichen prinzipien wo wir glaube ich mehr an so eine neutralität kommen dürfen ohne natürlich zu sagen es ist alles egal und es ist alles wurscht und es ist nicht alles wurscht wenn menschen leiden dann leiden sie und haben sie unser mitgefühl verdient aber gleichzeitig wo geht der weg raus aus diesem täte opfer prinzip und da ist jeder von uns selber gefordert und da gibt es auch keine vorgestanzten lösungen aber jetzt freue ich mich natürlich erst mal auf eure kommentare wie ihr das so seht und was ihr dazu sagt in diesem sinne hoffe wir sehen uns bei der wieder so ja 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 ja